Du kommst noch ein bisschen rum oder so, du bleibst nicht los. Na logisch. Also du checkst alles mal ein bisschen ab. Richtig. Bis die Sonne aufgeht. Mal gucken. Na klar. Komm, komm. Du siehst so aus. Du siehst so aus. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Feiern heute. Na klar. Viel Spaß noch wünsche ich dir. Alles klar bei euch? Ja. Oh, schön. Seit wann seid ihr hier? Seit einer Stunde. Also noch nicht so lange. Nee. So, worauf freut ihr euch denn heute am meisten? Auf Kulstermarsch. Auf Kulstermarsch. Auf Kulstermarsch und Ansatz. Der war schon. Der war doch schon, Mensch. Ja, der war auch cool. Aber Kulstermarsch ist cool. Aber jetzt guckt erst mal ne Runde rum, sagt er. Ja. Und ist das euer erster Junimond, oder? Nein, leider nicht. Leider nicht. Du bist zum... Was? Du bist zum wievielten Mal hier? Dritten. Nein. Also schon so ein Insider sozusagen. Und wie gefällt es dir heute? Am besten. Am besten von allen drei Mann. Wieso das? Viele Leute, viele Locations. Da sind mehr Leute und die Zelte sind besser. Die Musik ist besser. Ah. Schön, schön Mädels. Ihr seht auch party aus und ich wünsche euch noch ne schöne. Ja, danke schön. Macht's gut. Hiiii. So, lieber junger Mann mit geiem Basecape neben mir. Wie geht's dir denn? Geil. Geil. Was ist... Ich hab meine Karte gewonnen. Wo? Bei Elberraport. Schöne Grüße wünsche ich. An Elberraport. Aber sowas an. Du bist, ich denke ich mal heute an der Hip-Hop-Bühne am meisten zuhause, oder? Nee. Hier? Nee, aber da kommt man doch gar nicht mehr rein. Klar. Ich hab mich dennoch durchgedrängelt. Aber rammelvoll, oder? Rammelvoll. Es ist rammelvoll, aber... Aber geil. Ja klar ist das geil. Ist überall geil, Mann. Guck dir das was an. Die Palmen und sowas. Mallorca ist ein Scheißdreck, oder? Mal ehrlich. Ehrlich gesagt, ich wohne noch nicht auf dem Halle. Aber doch, ich weiß das. Ich weiß das. Hier ist der Amberheimer. Guck dir die Leute an. Guck dir die Party an. Ist geil, Mann. Was soll ich denn dazu sagen? Ich wohne noch gleich hier hinten. Alter, wie praktisch. Sag ich mal. Ich bin hierher gelaufen. Kommt auch selten. Ich hab auch mit Auto und die sind... Ja, mein Reden, mein Reden. Also du bleibst heute hier, sagst du, oder? Ja, passt bis zum Schluss, denke ich mal. Passt bis zum Schluss. Dann wünschst du dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Herz Glückwüß zu deiner Karte. Dankeschön, dankeschön. Und Feier einfach noch schön. Sag ich mir noch, wann es übertragen wird. Mach ich doch glatt. Und wann? In zwei Wochen, Freitag, 18 Uhr. Wir stehen hier mal wieder vor einem schwarzen Abzäunungszelt. Und in diesen Momenten wünsche ich mir einfach, ein Junge zu sein. Hier wird gerade übrigens was aufgebaut auf dieser Bühne. Es müsste also auch hier gleich losgehen. Aber obwohl eigentlich nur Musik aus dem Stereo ist, ist hier tierisch was los. Es wird getanzt, gejucht, getrunken, gefeiert, wie das hier eigentlich gehört. Anja? 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 Hallöchen liebe Mädels, nicht so böse gucken, heute ist Party, sehr schön, seid ihr zum Mal hier? Und wie gefällt es euch? Was ist hier gleich los, wisst ihr das, was hier aufgebaut ist? Wir haben gehört, Hänsel und Schrems zugekommen. Nein, doch hier! Wahnsinn, und was begeistert euch sonst noch so? Marusha, Asad? Ja, die ist gerade da. Ja, und in Ordnung? Naja, die kennen wir schon, aber die ist nicht so. Ach so, wart ihr letzte Woche Kaffee trinken, sozusagen, letzte Woche Kaffee trinken, mit Marusha meine ich jetzt. Auf jeden Fall, ihr feiert hier erstmal im Offenen, weil hier ist ja auch viel Frischlupf. Jawohl! Genau! Und wie lange habt ihr vorzubleiben? Bis zum Schluss! Das finde ich eine Top-Einstellung, mindestens, und feiert einfach noch schön die Hüften schwüngen, viel Spaß drauf! Danke, danke! Tschüss! Hallöchen, darf ich euch was fragen? Ihr seid ja top gestylt, heute muss ich mal sagen, haben mehr! Dankeschön! So, worauf wartet ihr heute? Irgendeinen besonderen Wunsch, gastmäßig oder so? Ne, ich bin gerade aus Amerika wieder zurückgekommen, also ich habe nichts überraschen lassen. Ne, schlecht! Und ihr seid zum ersten Mal heute hier, oder? Ne, wir waren letztes Jahr auch schon hier. Oh, und wie war's da? Super! Auch so voll wie heute, oder? Ja. Und ihr wartet hier einfach auf den nächsten Auftritt sozusagen? Ja. Oder wart ihr schon in irgendwelchen Zelten drinne? Ne, wir sind ja gerade erst gekommen. Ach, eben gerade erst, aber ihr bleibt bis zum Schluss, oder? Guckt noch ein bisschen rum, macht eine Party! Ja. Gut, ihr seht gut aus, einfach noch ein bisschen feiern! Dankeschön! Macht's guti! Du bist heute zum ersten Mal hier! Ne! Sondern? Das zweite Mal! Haben mehr! Und? Was sagst du, stimmungsmäßig? Highlight! Highlight! Gerade gekommen? Äh, was? Bist du gerade gekommen? Ja, ich bin schon ein bisschen hier, eine Stunde oder so. Also hast du dich schon mal so ein bisschen umgeguckt? Ja, sicher das! Und worauf wartest du heute? Welcher Eck am meisten? Ich werde auf Hänzen beschränkt. Wann kommen die? Die müssten bald kommen. So, so, so! Und dann, sagst du, schwingst du das Tanzbein? Dann steppe ich mal eine Runde auf jeden Fall, ja! So siehst du auch aus! Ganz Party-mäßig, like, sag ich einfach mal! Was ist das hier? Ja, Kamera! Kommt das jetzt ins Fernsehen, ja? Ja! Stell dir vor! Wohnt! Wohnt! Das sag ich dir jetzt, wenn du mir in der Tütze gesagt hast! Mit Küsschen auf der Back und so! Dankeschön! Viel Spaß noch! So, liebe Gemeinschaft, auch mich hat es jetzt getroffen! Ich muss mich hier in einer riesen, langen, langen, langen Strange anstellen! Und Gott sei Dank ist musikalische Unterhaltung! Jungs, wie lange steht ihr hier schon? 10 Minuten! So lange schon? Oh, ganz ehrlich! Wie lange steht ihr hier schon? Das ist so! Wie lange? Eben gerade gekommen! Geht das hier schnell? Wir hoffen es! Ja, ich auch! Jungs! Ihr seid ja hammergut drauf! Natürlich! Die Hellen sind aber die Besten! Wer sind die Besten? Die Heldin! Wir sind die Heldin! Natürlich! Du siehst auch aus wie ein Held! Cybrix! Kennst du? Findest du gut? Stimmt? Kenn ich, kenn ich! Findest du gut? Wen finde ich gut? Na, Cybrix TV! Ja! Ja! Kenn ich sogar die Internetzeit! Die ist geil! Ok! Worauf freust du dich heute am meisten? Außer Factory! Jetzt fällt da an die Bühne! Die ist geil! DJ Alex Rock! DJ Alex! Hier! Factory! Factory Woods! Das ist ein echter Fan, liebe Leute! Ein echter! Ja! Macht hier richtig hammergeile Sache! Ich hab schon gut gelacht, ey! Natürlich, ey! Wer anders macht hier keine Stimmung, also müssen wir Stimmung machen! Mein Ren! Mein Ren! Immer Party! Immer Fun! So ist es! So ist es! So ist es! Ganz viel Spaß wünsche ich dir heute noch hier! Bleib so lange es geht! Bis um 6, natürlich! Mein Ren! Alles klar! Viel Spaß noch! Macht's Kredits! Hallo ihr gut aussehenden Jungen! Ah, Dankeschön! Party-Stust, hier ist die Hauptquartier! Hier kommt keiner nach rein außer dir! Dankeschön! Dankeschön! Juhuuuh! Ihr seid aber noch nicht so in Party-Stimmung, oder? Ich bin doch gerade erst hergekommen! Ach, na gut, das ist eine Entschuldigung! Aber ihr macht heute noch richtig, oder? Na, auf jeden Fall! Bis morgen früh, bis die Sonne aufgeht! Genau! Mein Radu! Woher freut ihr euch denn heute so? Auf gute Stimmung, auf die Leute, gute Musik, einfach nur einfach geil abfeiern! Aber richtig voll heute, oder? Richtig geil! Werden wir sehen, aber stimmt, auf jeden Fall! Nicht immer Ja sagen! Seid ihr das erste Mal hier? Ne, wir waren letztes Jahr schon da, aber ich glaube der war voller! Aber der war da auch bis zum Ende, oder? Ja, wirklich! Alles klar! Komm, man trifft sich immer zweimal im Leben, liebe Jungs! Jawohl! Gibt's denn schon was Neues von eurer Seite? Ah, ich hoffe mal, dass Hänse und Schröpf bald kommen, wa? Hm, schon tolle Mädels kennengelernt! Ne, noch nicht so ruflos! Ach ihr beide? Also? Nein, ja, Freundin, aber ich halt noch ein bisschen Ausschau so! Ja, da hast du ja heute hier die besten Chancen, denk ich mal! Rammelvoll, viele tolle Mädchen, oder? Ja, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Und ihr macht hier heute noch richtig Party! Ja, wir lassen heute noch richtig krachen! Bis die Sonne aufgeht! Und noch viel später! Also danach geht's noch weiter, sagst du! Finde ich eine geile Einstellung! Hast du noch was zu sagen zum Schluss erstmal für die erste Runde? Ich würde noch gerne die Jule grüßen und die Kata! Jule, Kata, alle liebe Grüße hier vom Unimund an euch! Vom Film! Vom Film! Macht's gut! Ach Mädels, doch nicht so schüchtern hier! Ihr wollt auch mal! Wie geht's euch? Super! Super Stimmung! Und ihr? Super! Sehr schön, sehr schön! Ähm, wartet ihr jetzt hier auf irgendeine Band, oder geht ihr einfach ein bisschen rum? Wir gehen noch ein bisschen rum erstmal! Gucken wir also da rein! Also gerade reingekommen! Wir warten auf DJ Clyde! Was? Wir warten auf DJ Clyde! Der ist... Der... Der Marusha ist sehr voll! Ja, ich weiß! Wir haben auch schon so... Stimmung, liebe Leute! Stimmung! So war's von! Also bis zum Ende! Eine Party oder was? Ja! Auf jeden Fall! Viel Spaß bei DJ Clyde! Und einfach schön tanzen! Viel Spaß euch noch! Danke! Tschüss! Extra heute hier und so gestylt? Ja, natürlich! Also auf Männersuche! Ja! Äh, seid ihr zum ersten Mal heute hier, oder? Nein! 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 Geil! 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 Ich sag mal... Rammel voll, oder? Rammel voll! Rammel! 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 Und ihr bleibt aber bis zum Schluss, oder? Ja, bis zum Schluss! Immer nur! Und danach geht's immer weiter! Immer weiter, ja! Weil ihr Wochenende ist! Ist richtig! Weil wir den Geburtsacken gefeiert wurden! Weil wir den Geburtsacken! Ja! Herzlichen Glückwunsch! Wie hat bist du denn gewonnen? 18! Na, aber du hast da gerade so rein, wa? Hey! Na, das lohnt sich doch! Und ihr macht hier heute noch ein bisschen die Sause? Ja, ja, ja! Und auf wen freut euch am meisten? Azad und Kusser-Warsch! Na, aber Kusser-Warsch war doch schon, oder? Äh! Und Kusser-Warsch! Na ja, gut! Habt ihr ja noch mal Schwein gehabt, wa? Ja! Aber ihr geht hier auch ein bisschen rum, oder? Mal alle Zelte angucken, überall rein, alles mitnehmen, was so geht! Ihr seht ja auch top aus! Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß heute! Lernt tolle Typen kennen und macht einfach viel Party! Dankeschön! Macht's guti! Oh, du siehst ja Hammer aus mit deiner Sonnenbrille und deinem Peppi! Dankeschön! Dankeschön! Und du bist voll im Partyland, oder? Jawohl! Und nochmal, ich will das richtig hören! Ja! Das ist ein echter Juni-Mondgänger, liebe Leute! Im Febs! Das wievielte Mal bist du hier? Äh, das vierte Mal als bei Juni-Mondgänger. Das erste Mal dabei, immer schon in der Juni-Mondgänger. Alter Schwede, du hältst den Rekord heute Abend, mein Freund! Aber sowas von! Herzlichen Glückwunsch! Und worauf freust du dich am meisten? Worauf wartest du? Was erwartest du? Ich war vorhin schon bei Asad! Cooler Warsch! Hab ich leider verplanet, weil meine Freunde lieber hier sein wollten! Aber wir werden sehen, was der Hand noch so bringt! Wir werden das Ding hier heute rücken, alle machen! Na klar! Jungs, ihr macht das bis zum Ende und noch länger! Auf jeden Fall! Viel Spaß mit den ganzen Leuten hier! Und ihr macht eine geile Party! Ja, wünscht euch auch! Viel Spaß nochmal! Alles Namens, Gudi! Wir rocken die Bühne! Wir rocken die Bühne! Das will ich jetzt aber hören, Jungs! Wir rocken die Bühne! Musik Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Musik